Wir kommen aus Vorarlberg und trainieren in Blüdenz unter dem Sportverein Ikadis, das Haus Ikandas. Es macht Spaß, mit den Leuten zusammen zu schaffen und für die ist natürlich ein guter Ausgleich zum täglichen Leben. Sport ist allgemein gut, dass sie auch gesund bleiben und dass sie Freude am Leben und einfach Spaß haben. Ich bin der Martin und ich bin der Ikadis-Trainierer. Wie geht es dir jetzt dabei bei diesem Sieg 9 zu 1? Ich glaube, du hast ein paar Tore angeschossen. Ich bin der Zuhörer, wie das Spiel war. Das war sehr gut und die 2. Uhr freue mich. Jedes Spiel ist wichtig für uns. Natürlich sind wir gut gestartet in der Gruppe. Einmal unentschieden, zweiter Sieg jetzt. So können wir jetzt befreit die letzten zwei Gruppen spielen.